ich habe jetzt nicht die runde beendet ich bin einfach in der runde drin geblieben und mach jetzt einfach nur weiter da ich das so noch ein bisschen chilliger finde so kann ich nämlich ganz entspannt weitermachen ohne dass ich mir hier groß jetzt in zeit unterschied habe und ich mache das sogar clever ich place hier direkt die ding ins box hin als wenn man ammo braucht nicht wiederholen das obwohl die waffe ein 600er ist also insgesamt 600er magazin hat das ehrlich crazy eigentlich schon ist eigentlich schon gottlos wenn ich überlegt aber wie man jetzt die nächsten 15 level heißt level 30 rote level 30 er kommt die direkt wieder hin wir uns hier direkt wieder hin aber da können wir schon die ersten zwei jungs was ist hier los wenn das ja alle mich holt und ich habe gesagt wird der hier aber noch niemand in dem game wirklich mit einem vier um rennen sehen also vor wie nicht ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen ich glaube ich jetzt gerade eine halbe stunde aufgenommen für die ersten fünf level waren glaube ich vier oder fünf runden wenn mich nicht alles durch ja ok da muss ich kurz eine granate reinwirken die ich komplett verkackt habe sehr schön jetzt wäre gerade nochmal so ein insta ding ne so ein insta kill oder so ein weiß ich nicht so ein mal zwei dann wäre wieder ganz schön schön instant ding ne Woppa Pass auf Lata Auf Sehr schön Klar ist jetzt kein Nixpli für die Waffe Ich weiß nicht Ich hoffe dass ich jetzt für die nächsten 15 Level nicht wieder 30 Minuten brauche Aber ich sag mal so Pro Folge 15 Level dann passt das eigentlich dann geht das eigentlich recht schnell und sollte ich eigentlich auch die Tage noch etwas aufnehmen können Maybe kriege ich sogar Kagem noch dazu und einer in ein zwei Folgen mit dabei zu können wenn einer Bock hat Aber ich werde das hier jetzt auf jeden Fall so ein bisschen durchsweaten immer noch so ein bisschen die Zeit nutzen die ich noch habe Shut up little Homie Ey es sind immer noch 148 von den aber auch das ist ehrlich crazy ja der Spießound ist aus im Prinzip bisschen leiser da ich gemerkt habe so ein bisschen äh anderen Aufnahmen die ich gemacht habe die nicht online sind äh dass der Gamezone viel zu laut ist obwohl ich den runtergestellt habe selbst im Spiel wenn ich den im Spiel runterdrehe ist der irgendwie immer noch zu laut mir auch so ein bisschen bei der Far Cry Aufnahme aufgefallen aber ja ich hoffe eigentlich sollte es jetzt besser sein ach bitte ach bitte oh das ist noch eine ein einer einer meiner 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 meine ich bin meine ich bin meine ich bin sogar ein Kartenwechsel also ich nehme jetzt sieben Minuten auf ich habe jetzt glaube ich drei Level vier vier Level ok vier Level sieben Minuten geht eigentlich klar für die M4 also für die M4 sieben Minuten eigentlich vollkommen ok äh so ich werde mal hier die Ammo Box placen ich werde die mal hier direkt placen ah mal gucken ne stimmt und zwei dringend haben wir äh zwei äh Aufträge haben wir schon beziehungsweise gleich haben wir sogar drei die Runden Rounds Survived habe ich jetzt mittlerweile acht von zehn das seht ihr gar nicht weil meine Facecam da drüber ist 5 4 3 2 1 Einfach mal rein sprayen das hier ist die richtige XP von die Map 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 5 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 6 5 5 6 und vor allen dingen ja kürzere folgen na bro lief ruhig lief ruhig lief ruhig da HI nix mine a nix y nix 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 eeeh eeeh endig gesagt ich schütze mich nur lustig ich hätte auch nichts noch mal gegen so ein ding ist nichts gegen oder so mal zwei mal zwei schaden hätte ich auch nichts gegen würde level 23 aufnahme ist schon wieder zu ende die verfahren ist wohl als zu machen aber da würde ich glaube ich erst noch warten bis ich mir vor dem neuen pc holen bis ich das mal als sieben noch alle 25 schon innerhalb 11 Minuten vorhin ich habe in der anderen aufnahme gerade hatte ich eine halbe stunde gebraucht bis ich level 3 bis 15 war der waffe jawohl mal zwei jetzt geht es ab jetzt geht die lucia was nämlich wird also for real instant kill also dieses instant kill silber silver bullet und max ammo ist das beste was die zombies droppen können beim verrecken es ist halt echt das beste was sie droppen können ich kann ihn nicht wie weitem stark und kann ich nicht ich kann ihn nicht wie weitem stark ich kann braun die spielwölfen stark ja easy nach der runde ist die waffe level 30 wenn die nach der runde nicht level 30 ist weiß ich auch nicht da und da und da ah maybe sogar erst in der nächsten runde okay sogar erst in der nächsten runde krass okay sogar erst in der nächsten runde ist die level 30 aber ist nicht das ding nicht ich brauche unbedingt eine munitionskiste nicht sondern hier lang so ich packe mal die dinge hier hin vielleicht gar nicht mal so verkehrt wenn ich die da hinstellen also die folge ist definitiv kürzer als die andere ich hab auch okay gemacht 20k decker 20k in dem game sind eigentlich crazy bro mr skeletto dude go away please ja genau fetzen fetzen wir uns mit dem ist mir egal Fetzt ihr euch mit dem, ist mir wurscht Ey Ey, Warfus Level 30, Leute Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo Da schaut in die Videobeschreibung, wie gesagt, da ist alles der Link Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Haut rein, bis dann, tschüssi Bis dann, tschüssi